Hallo, hier ist Martin von MoneyBank, hier ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 15.11.2022. Ja, und unser DAX sieht ein bisschen aus wie das Klatsche runter von seinem Gaul her. Wir hatten gestern schon festgestellt, dass die Bewegungsdynamik deutlicher nachgelassen hat, dass ich mir nicht so richtig vorstellen könnte, dass der jetzt oben raus eskalieren kann und er bestimmt sogar erstmal in den Rücklauf geht. Das hat er nicht getan, das muss man nicht so auch tatsächlich mal wirklich sagen. Das hat er so nicht getan, aber er hat auch nicht wirklich das Gegenteil gemacht. Also so mit stabil oben raus, hat man ja gesagt, solle er um 14.45 und 600 erreichen zu können. Es ist jetzt auch nicht geworden. Wir hatten hier am Nachmittag nochmal ein Update rumgeschickt und haben gesagt, also der ist jetzt schon eher zu ruhig vor allen Dingen auch für abwärts. Der kommt bestimmt nochmal hoch, sondern stößt sich bestimmt nochmal hoch da in die 400 rein. Und das hat dann auch keine Viertelstunde mehr gedauert und dann hat er angefangen loszuschieben und da hochzustechen. Aber er kam dann halt auch volle Fahrt wieder zurück. Und dann hat man auch gesagt, also wenn er per Tagesschluss unter 300 geht, dann, ja, können wir jetzt hier direkt anknüpfen ans letzte Update und da draußen mal noch ein Schuh stricken fürs, äh, für morgen. Weil die Pfeile hier, die, am besten ich lösse sie gleich raus. Das wird nichts. Also wir kriegen ihn hier oben nicht, nicht, nicht gerastert. Ähm, den, den, die, die Analyse, die hat er nicht angenommen. Also er hat sich nicht stabil drüber gelegt, was ihm jetzt ermöglichen würde, 600 und mehr anzulaufen, sondern er wehrt sich jetzt erstmal. Wir sehen hier sogar eine leichte, naja, man könnte schon fast wieder sagen, eine kleine Verkeilung. Auf jeden Fall ein markantes Abverkaufen der neuen Hochs, was hier mit dem Aufwärtsgab angefangen hat. Dann das nächste, dann das nächste. Was ja letztendlich auch sogar die Erwartungshaltung gewissermaßen war, nach so einem Tag, ne. Dass er durchaus dann, ähm, anfängt neue Hochs erstmal wieder abzuverkaufen, sich ein bisschen träger gestaltet und so weiter und so fort. Jetzt liegt natürlich hier mit Shootingstar und so weiter und so fort, ähm, das Short-Interesse wahrscheinlich am Dienstag sehr, 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 sehr hoch. Ähm, erfahrungsgemäß sind die Leute dann so unterwegs, dass sie dann relativ früh sich das vielleicht sogar erstmal noch angucken. Was macht der da? Fällt der denn wirklich? Und dann erst spät einsteigen, auf Short, auf Springen. Und dann sieht man sehr häufig in der Marktreaktion, dass der dann natürlich sagt, danke, wo sind eure Stops? Sagt sie mir kurz, dann gehe ich da hin und dann laufe ich wieder in die andere Richtung zurück. Was würde ich sagen? Wir sehen sehr häufig auf sowas, ähm, dass der Markt jetzt hier einfach runtersticht und dann direkt erstmal wieder nach oben gut paar Meter anzieht. Das könnte es zum Beispiel bedeuten, dass wir von hier jetzt, von dem, was wir am Montag gemacht haben, ähm, den Dienstag mal unter die 14.100 stoßen und vielleicht sogar direkt wieder zurück bis 14.350 laufen. Ja, also dass er wirklich hier runter schlägt, hier wieder einmal oben rein schlägt und sich dann weiter runter reaktiviert. Also auf jeden Fall da ein bisschen aufpassen. Ich würde am liebsten den Fall hier auch löschen, und das, der liegt uns hier nur im Weg drin, ähm, das, also eigentlich würde ich ihn gerne auseinanderziehen wollen. Das, mir geht es ja um, oder wir machen es einfach so, wir ziehen breiter, mir geht es ja um das, ich ziehe das mal hier rüber, mir geht es ja eher um dieses einmal da drunter und dann wieder hoch. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das vielleicht auch zum Dienstag jetzt noch relevant wird. Aber man sollte jetzt nicht zu optimistisch auf der Short-Seite sein, denn wir sind noch auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau und wir hatten gestern als Voraussetzung, und dass er unter 14.100 auch wirklich richtig Schwäche zeigen muss, damit der für Short interessant wird. Und da waren wir nicht eine Sekunde. Ja, jetzt müssen wir auffassen, dass wir nicht einen starken Tag als Vorlage für uns nehmen, um jetzt hier zu rechtfertigen, ähm, sich gegen einen sehr, sehr, sehr starken Aufwärtstrend zu stellen, der immer noch auf sehr hohem Niveau ist. Denn eines muss man auch sagen, wenn der DAX jetzt direkt am Dienstag nach oben anzieht und der kontert sich hier früh, morgen gleich, 8, 9 Uhr, diese Abendschwäche aus und stellt sich wieder über 3.30, ne, dann ist aber vollkommen egal, was hier gewesen ist, ja, dann läuft er einfach wieder hoch Richtung 4.45 und auch Richtung 14.600. Das muss man auf dem Radar haben, dass hier noch, dass wir hier einen Aufwärtstrend im vollen Bildschirmausstand haben, von hier links unten bis hier rechts oben, ist kein Abwärtstrend zu sehen, aber auch wirklich gar keiner. Hier ein kleiner, ja. Aber es ist ein Abwärtstrend, ja, also Vorsicht und Obacht, wenn jetzt Schwächsignale ausgekondert werden, sind das direkt Longchancen. Ja, das heißt, wenn er so eine Kerze wie jetzt hier vom Abend am Morgen nach oben raus nimmt, ist das Vorlage für oben raus. Ja, Punkt. Das ist einfach so. Und die nächsten Ziele, das bleibt alles gleich 4.45, 600. Aber ich finde es eben interessant, auch mit dem Shootingstar am Nacken und so weiter. Das war ja vorher auch schon ein kleiner Hanging Man, glaube ich. Jetzt der Shootingstar hinterher. Also es wird schon interessant hier, auch auf Tagesebene. Könnt ihr jetzt unter 2.50 durchaus mal probieren, unter der 100 runterzustarren. Das fehlt mir so und so. Und sollte es ihm nicht gelingen, dort aufzudrehen, dann definitiv 900 eine Option und Idee, aber auch die 700. Ja, muss man vor Augen haben. Wenn der sich verschluckt im Rücklauf und er kriegt die Rückläufe nicht aufgedreht, ich würde erwarten, dass er den aufträgt. Ich würde sogar wirklich erwarten, dass er ihn sehr, sehr, sehr deutlich aufträgt. Tut er das aber nicht. 900 und 13 700, die nächsten großen Stationen auf der Unterseite. Und von daher denke ich, können wir uns dabei belassen. Würde ich jetzt hier die Analyse zumachen. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag. Gutes Gelingen. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Wünschung. Wünschung. Untertitelung des ZDF, 2020